Was ist das? Komische Scheiß Wir haben gerade gecheatet Aber egal Ist weg, ne? Da hat OBS irgendwas übernommen Nochmal gute Nacht Headchat, ne? Gimme, 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 aha Jetzt werden wir das Spiel gewöhnen wieder Das Spiel ist eigentlich nur viel viel geballert, sagen wir es mal so Das ist alles Okay So Großes Oh, schuffelnde Nein Achso, ja Das sollte ich vielleicht noch erwähnen Es gibt sehr, sehr viele große Monster Dementsprechend viel Action Von den Viechern sollte man immer auf die orangen Stellen ballern Höchst Hurry up and get on board. Copy that. Die Namen sind normal. Das sind die KI-Namen. Ganz interessantes Spiel. Wir haben gerade zwar ein bisschen geschummelt, wie auch immer. Irgendwie haben wir geclitcht. Das Spiel ist echt geil. Das Spiel ist echt geil. Das Spiel ist echt geil. Das sind Schneepiraten. Deswegen wundern die sich auch, was zum Geier das ist. Die kennen nur Schnee. Die kennen nur Schnee und Eis. Die kennen nur Schnee und Eis. Das war's. Das war's. Alles klar, alle Leute. Die Team-Leader sind in. Wir sind auf die Truppen. Wir sehen uns, wie es das wird. Wir brauchen wirklich alles, um ein paar Miner zu nehmen? Ja, das ist nicht nur in der Öffentlichkeit mit einem großen Willkommen. Wir müssen nach einigen kleinen Bösen durchführen. Wir haben keine Ahnung, was zu erwähnen. Ich würde mich nicht überraschend, wenn die meisten von Ihnen nicht hacken. Danke für die Verteidigung. Die Kürze sind schmerzt. Es ist noch alles ganz ruhig. Schön wenig Gegner. Falls wir runterkommen. Es ist noch nicht so gut. RIP RIP Tun ist auch Ja also nicht wundern der Tunis bei mir auch gerade ein bisschen asynchron Ich glaube jetzt ist er wieder asynchron Keine Ahnung, wo die herkommen. Ich schätze mal Spielwechsel. Wie cool die bleiben, Alter. Alles um die rum explodiert, fliegen so ein Propeller, knapp an dem Kopf vorbei. Können auch Leute sein, die wieder einschalten, das kann alles sein. So. Yes, sir. Also die Steuerung gewinnen. Ja. Thermalenergie sollte nicht... Ihr seht ja links oben die Zahl. Wenn die auf Null ist, habe ich ein Problem. Weil ich mich dann nicht mehr heilen kann. Und noch so ein paar andere Oléne. Oh, die wird nicht auf Null fallen. Guten Tag die Herren. Allerdings haben wir noch so eine Datenstation. Oh ja, und... Aht. Mach dir mal genau. Upsala, hab mich fast selbst umgebracht. Ich sag's, ich muss mich erstmal an die Steuerung wieder gewöhnen. Okay. 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 Okay, schon dort. Oh. Scheiße. Das Leben ist unfair. Schrotgewehr. Happy Birthday to you. Oh. Okay. Stay on your current course. Okay. You're a player, you're a little bit more. Yes, points. Okay. One A. It's still slow. Let's say it so. Pirates before long. You're on the right track. Have a plan ready for any contingency. Let's go. Gibt's doch nicht, dass man PC das auch nicht als Spiel erkennt. Ja, ja. Genau. Und es gibt dann weiß ich solche Roboter. Ja. 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 mal den mal noch dann können wir uns zu den rest zu den viechern da oben durch hier alles tot perfekt das ist schon etwas größer oder boter ja mal zurück zu meinen jungs würde ich so er geht schon nach unten pop 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 Was denn? Ja... Jo, mach das! 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 Und da oben ein Sniper! Jo, mach das! 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 Hey, oh, ah, ja. Lead hat mir gut gefallen. Oh, feinliche Soldat hat er der Thaun getötet. Deathy! Oh, weg von dem Ding. Verlauhe ich alle mal ein bisschen HP rein, Alter. Die haben alle keine Dinge, ne? Darum sollte ich mich vielleicht mal kümmern, dass der... Dann heil dich völlig sauch. Wenn ich dir so ne Menge verpasse, Alter. Das hieß fein. Ah, ne, doch lieber nach oben. Hat ein bisschen was von... Äh, mir fällt der Name nicht ein. Just Cause. Also das Spiel nicht, das Lied. Das Lied ist Kappa. Macht ihr das? Ja, war heftig. Heil dich. Äh, gibt noch ein bisschen mehr Energie von mir. Du, ob du dich mal schön weiter heilen kannst. Äh, hier rum, oder? Hey, aua. Au! Hey Leute, da steht ein Auto an unserer Kiste. Eins und drei haben wir jetzt schon super. Zwei haben wir übersehen oder ausgelassen. Zwei ist da vor uns. Fand ich ein Vs. Okay, Vs. Ist das schlecht. Oh oh. Piep, piep. Piep, piep ist auch nicht gut. Wie ist gar gar so, dass ich dieses Ding als Tacking hab? Die Dinger schrott. Eine Muni, danke. Wo sind wir denn hier jetzt? Ah, wir sind... Wow, irgendwo da, wo ich irgendwas mit Gendling sehen kann. Ah, ich glaub das Geschütz unten nötig. Ah nein, der Auto da. Gibt's doch nicht. Schau mal, ob ich das Spiel mit... Mausen, hast du doch ganzes Spiel voll vergessen? Es bleibt ein Konsolenspiel. Komm jetzt, Jako. Geht doch. Oh oh. Haben vierer hier. Oh, wir haben da unten n Vs. Da dagegen. Oh. So, Baller drauf. Baller, 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 Baller. Spack mal mal ein bisschen. Weil ich ein Soldat. Wow. 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 So, was die oben gibt. Zwei Behälter und ne Datenstation. Gut, dann respawne ich dann, wenn irgendwas ist. Falls ich drauf gehe. Mal, ist er fertig mit ihrem Stream oder wat? Ja, da ist was kleines drin. Wahrscheinlich was größeres. Oh, ne Sniper. Oh. Oh. Ja, ja. Lass dich ab, lass dich ab, lass dich ab, lass dich ab, lass dich ab. Yo, yo, yo. Ablassen. Das letzte, oder? Nein, vorletzte. Okay. Ach, letztes da hinten drin. Stimmt. Rennen ist ein bisschen dumm, aber naja. Kannst du damit auf die Einfahrt und weißt. Jutentag, die Herren. Ja. Hast du gut gemacht. Bei. Bei. Kalt. Scheiß KI. Ding. So, alle Generatoren aktiviert. Dankeschön. Spiel. Muss ich die Dinger zum Aktivieren bringen. EJ-Tipp. Finden sie die Gegner, die Akriden-Eier tragen. Sotier ich jetzt aus. Ich bin nur zu nett, was du tun und war gut. Jetzt kommt doch los. Oh. Du bist wie der Anführer. Er ist der Anführer, der Otto mit den dritten Schanen. Was auch immer, gebe ich dir nicht recht. Ja, ja. 90 Sekunden. Upsala. Guck mal, kann so ein Stress, Alter. Otto. Oh, muss ich erst nachladen. Spürzeuge niederlegen. Schubflinternärerend. Alles reparieren. Das stimmt. Nichts da, was noch mehr das war. Bereitigt wird hier nicht. Hey. Oh, HP ist niedrig. Macht mal alles, nun der. Muss jetzt für 90 Sekunden laufen, Jungs. Haltet mir alles im Auge. Und irgendwo darf ein Feind rankommen. Ich glaube, die VS da oben ist ein bisschen verpackt. Bin ich halt mal irgendwie ganz ganz froh drüber. Na, nicht ganz verpackt. Schon so ein bisschen, aber... Okay. Großes Spielzeug. Dachte ich doch nochmal kurz. Nervt jetzt mal kurz nicht. Genau. Spielzeug. Große Jungs spielen jetzt hier. In drei Sekunden. Ernsthaft? Hopp hinter. Aktivieren. Aktivieren. Bevor dir irgendwas an ist. Der aktivieren. Los. Ne, drei Sekunden noch. Chillen. Gib mir diese Scheibchen. Kommt da raus. Okay. Cut ziehen. Ich wundere, ich muss ab und zu mit der Maus ein bisschen was machen. Ah, fuck. Ja, scheiße. Ups. Vier. Trotzdem vier Leute? Spiel what? Einer ist gerade erschlagen worden. Von dem Felsen. Weil ich die Maus aktiviert hatte. Miss Spiel. Trotzdem gehen vier Stück raus. Ja, spielen, ja. Hast recht. Wieder recht. Und wieder ein S. A, S, S. Altes. Sicherheits. Stufe. Trage zu den Boxen. Bleiben wir zum nächsten Kapitel. Nächste Kapitel. Mein Lieber nächstes Kapitel kommt glaube ich jetzt hat, oder? Also ich kenne das Spiel schon von damals. Muss man mal dazu sagen. Also ich kenne mich ein bisschen aus. Aber ich weiß schon nicht mehr alles. Schon lange her ist, wenn ich das Spiels letzte Mal gespielt habe. Immer schön den Orangensaft hergeben. Sie siegen sie die Alkreden. Ja, ist alles kein Problem. Ach, das ist nicht. Ach, das ist nicht böse. Er ist tot. Herr Munition. Erstmal im Mitgenau. Eine Datenstation online. 20.000. Hinten läuft doch schon wieder irgendwas rum. Was war denn das denn für Granat? Ich kann mich kaum noch an die Spiele erinnern, Alter. Was sind das denn für Dinge? Lass mal Granat. Was habt ihr gemacht nochmal jetzt? Unangenehm sein. Das hat sie gemacht. Down, bitch. Nochmal. Ich bin tot, okay. So. Wir müssen da hoch. Okay, Jungs. Okay, Jungs. Die unteren Ente nennen die ich jetzt mal an der Schwachstelle. Oder in der Fresse. Ich kann einfach unter Wasser stehen. So noch hier hoch. Was habe ich hier hinten? Achso. Besonders aber ich möchte diese Datenstation bitte haben. Ich möchte da jetzt nicht runter. Bam! Drickshot 360 no Scope. Hey, wenn ihr das seht, verladet mich ein, yo. Yo vor allem. Meine Mates sind schon weiter. Akkredeneieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Das ist schon ein Online. Wird schon schlechter, seh ja? Wird doch schlechter. Das Spiel rollt mich jetzt schon. Wissen doch ganz genau, dass wenn sie exklusive Sachen neben mich stellen, dass ich draufschießen muss. Reinforcements, jawoll, ja, ja. Bittsch, Bittsch, Bittsch. Kategorie G-Agrüden. Kategorie G-Agrüden. Kategorie G-Agrüden. Oh, du Schlampe. Da wird jemand bearbeitet, he? Gib mir deinen Klibber-Saft, du Potze. Oh, fuck. Jungs, ich hab da so'n Problem. 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 Ich hab da so'n Problem und ich hab da so'n Problem. Ich hab da so'n Problem. Egal, wieder nichts mehr, Entschuldigung Egal, wieder nichts mehr, Entschuldigung Das war's für heute. Du gehst nach vorne. Ich werde noch jemanden mit dir beheben und mit dir beheben. dann kann ich mir ja nur wenn ich x halte ja ja positiv nicht 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 Blasht S DS für das Kapitel, okay Up to the next Kapitel Was wenn man jetzt Dass den Jungs nicht heiß wird Und ich denke, es ist besser als niemand Die Garten zu der Basis ist genau da Oh gut Okay 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 We need to get past that gate Move forward and activate those data posts Okay 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 So Okay 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 So Was ist das? Was ist das? Was ist das? So ein Spiel, wo man quasi weiß, okay, ein Boom ist nur die Vorhut. Was ist das? 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 Okay. Was ist das? 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 Tod ... Was ist das? ich finde dieses piepsen echt gut so nächste datance Excepción. 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 System Restore, Ready So there I get Jetzt geht's auf die Fresse, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. hallo mein lieber vs hallo A9 Entering Standby, Releasing Pilot, Initializing A9 A11 Das Unge Sie sind fertig, um etwas für den Backup-Unit zu verhindern. Sprecher für die Extraction. Hell yeah. Don't be that ass. Hell yeah. Weil ich die verschiedenen Art und Weisen der Dinger kennen. Are you the only ones I'm picking up? What the hell was that? Yeah, haha. Oh yeah. Froshy, 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 froshy! Ne, seinen Bauch möchte ich übrigens nicht. Gehen sie auf die Beine. Positive. Okay. Sollen wir das Ding auf eine Seite fallen lassen? Sollen wir... Das war's für heute. Scheiße mich einfach hinten wieder raus. Feindliche Acryde. Ach was. Vielleicht das Ding da. Hallo Nummer 3. Damit haben wir Red verloren. Oh, Tellerminen. Treibengranaten. Harmonisierer, den brauche ich jetzt. Was ist das? Oh, das ist so meine Gedlinge. Was ist das? Ich sehe nichts mehr. Ich muss mal kurz rein und raus tappen. Ich sehe nichts mehr. 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 Oh! Ich sehe nichts mehr. Entschuldigung Aranda Ja, der hat mir gerade gezeigt, Nahkampf bringt es nicht nichts gegen ihn. Da kommt eben der Hardcore-VS. Der hat mir glaube ich gerade irgendwas abgeschossen. Oh ja. Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020